Mario macht den Ausbrecher. Es wird nicht einfach, aber Mario hat einen Plan und dafür hat er im Gefängnis extra Kraft gesammelt. Als erstes nutzt er die niedrige Decke, um seine Zelle zu verlassen. Auf der linken Seite gibt es leider keinen Kommen. Ein Wächterkäfer bewacht den Stachelzaun. Damit unser Ausbruch nicht auffällt, werfen wir erstmal eine Attrappe in die Zelle. Wir haben uns extra die Mittagszeit ausgesucht, denn da genießen die Wärter köstliche Feuerblumen. Oh nein, der Chef-Guba kommt wieder mal zu spät zum Essen. Schnell in den Lüftungsschacht. Hätten wir nur nicht zu viel gegessen, aber das war notwendig für den letzten Schritt. Zwischen ihm und der Freiheit steht nur noch der Gefängnissportclub, angeführt von Coach Piranha. Aber das ist kein Problem, denn Piranhas können nichts sehen. Also nutzen wir unsere angesammelte Energie und graben uns ein Loch in die Freiheit. Mario ist ein Kommen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr auch erkannt habt, dass das Luigi ist.